Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Together Minecraft Pocket Edition. Und ja, nicht zu vergessen, jeden Sonntag kommt ein Badlands Special. Das sind immer Multiplayer, sonst spielen wir es ja alleine. Da ist der Firecatcher IP und ich, der Marco, wieder. Wir machen da immer ein Special. Also bei Manu ist kein Special, nur bei mir ist ein Badlands Special. Durch ihr nicht verpassen, jeden Sonntag. Uhrzeit wurde keiner angenommen. Du bist dein. Du bist dein. Du bist dein. Das will ich dann aber auch. Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Bitte nicht schimpfen. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Auf einmal explodiert der da drin. Was? Der Creeper ist da gerade drin explodiert. Irgendwie auf einmal. Nicht gerade. Echt? Bei mir ist der jetzt erst explodiert. Ich habe versucht, ihn zu kennen. Ich habe versucht, ihn zu kennen. Ich habe versucht, ihn zu kennen. Ich habe schon gestern. Ich habe versucht, ihn zu kennen. Er ist der Moment, heimlich. Herr, ich habe mich immer möglich. Hallo, was ist dein Fail? Ja, schau mal. Ah. Ah, jetzt hat. Das war bei mir auch mal, in der Welt von mir aber. Ja, das ist unvorstellbar. Hm, das ist ein Wahnsinn. Achso, ja, ähm. Hm. Hm, der Fall jetzt noch so zeigen wollte. Mir wird's ja schon wieder einfallen. Schau, ich kann alles zu fassen. Nein. Wir müssen mal fassen. So, dann wurde es. Und bis zum nächsten Mal. Nein, schon. Ich bin so nett, Martha. Warum sollte die Folge auch jetzt schon zu Ende sein, wie das? Ja, ja. Beklappte. Wie Kugelbrü. Ganz viele Süßzäulen. Süß. 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 Ich weiß, dass euch Blumen aber da stehen. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Wasser ist zum Wischen da. Marius, es sieht jetzt auch, wie wäre hier so eine Baustelle, weil ich hier alles aufgrabe, wenigstens wie das hier so eine riesen Baustelle bei den zwei Häusern wir machen es so als wie wir jetzt aussehen als eine Baustelle ich mach es so als wie wir jetzt hier eine Baustelle sein nein hab ich noch welche? ja, eine habe ich auch gleich ja, das ist mir ganz kraschig, kraschig, kraschig oh, wie viele habe ich jetzt hier? ja, das funktioniert 1, 2, 3, 4, 5 das funktioniert nicht nächstes Teil Mitte Und hier und da. Ich sollte nicht so viel springen. Ja, du solltest gar nicht springen auf dem Feld. Da halten mich die Leute noch für nen Chumper. Nein, für jemanden der Wurst Sabotage machen will bei den Feldern. Ich habe gerade aus Versehen ein paar Sachen überflutet. Feldsabotage. Dein Gesicht ist Feldsabotage. Nein, das ist ja gut. Aber mein Gesicht ist nicht böse. Mein Gesicht gehört zu den guten. Also zu den Gutaussichten. Aus deiner Sicht. Ja. Aber ich sehe es. Und ich drehe nicht durch. Nein. Nein, nein, nein. Hey, wo bist denn du? Ich bin hinter dem Häusern. Wie machst du da? Ach so, ja. Ich brauche sie. Hast schon wieder ganz vergessen. Nee, weißt du, ich mache hier so, äh, so über, also ich mache es nur so, dass es hier eine Baustelle aussieht. Nicht nur das. So. Hm. Kannst du mir gerne sie ziehen. Kannst du mir gerne sie ziehen. Ich lege da selber aufs Feld. Nein. Das ist verboten. Kannst du dich anzuschauen, ist auch verboten. Nö, ich würde nicht. Hast du die Kinder zurückgezogen? Ja. Ja. Und so? Wie soll ich das aufnehmen? Ja. Wie soll ich das aufnehmen? Ja. Wie soll ich das aufnehmen? Wie soll ich die Luftpumpe wieder bringen? Nein, das habe ich nicht schlecht. Luftpumpe. Ja. Ja. Luftpumpe. Ah. Rängstraschen. Ähh. Rängstraschen. Ich bin jetzt nicht. Nein. Es ist ein Doppel. Ich muss noch die Doppelmehrer noch nicht machen. Es hat etwas Zeit geblieben. Ja. Wir machen jetzt so. Ja, wir machen jetzt doch. Das wird die Kriminalitätsrate immer höher. Ja, weil niemand die Tür zumacht. Mama, das kann ich nicht hier zumachen. Danke. Kriminalitätsrate, es wurde wieder gesenkt. Das hat sich gerade irgendwo gesehen. Ja, es sind auch nebenan. Überall sind es froh. La, la, la. Ist eine riesen Baustelle. Hoi. Noch eine Feldhocke. Ja, also ich schreibe es euch auch noch mal in die Beschreibung vielleicht. Das nicht in jedem Sonntag. Das ich ja nicht vergesse. In jedem Sonntag. Ja, auf meinem Kanal ein... ...Ein Special. Nicht vergesse. Heute ist ja auch Sonntag. Also, ja. Da kommt heute gleich. Das Deadland Special. Also, hört euch auf. Auf meinem Kanal. Und auf Firecatcher, auf Firecatcher-Kanal, da kommt's. Da, da ist eine normale Baustelle. Mhm. Ja. Spannend normal. Ah! Das ist dann Stein oder... ...Holzweg hinmachen. Ja. Holz? Nein, ich meine hier so durch. Hier soll ja am Weg sein. Ja. Na, du. Das ist ja nicht. Wow. Wow. Hilfst du doch? Ja. Ja, holz. Oh. Ja, wenn du auf dem Weg, oder was das auch normal ist, stehst, und wie du draufstehst, jetzt kann ich doch sehen, dass du da rumstehst und mir den Weg verstehst. Ich sag mal nichts. Du bist ganz normal. Er ist wirklich ganz normal. Ja, ich bin ganz normal. So wie er immer ist. Also, sag mal. Das ist gruselig. Du bist gruselig. Nein, dein Gesicht ist gruselig. Uuuuuh. Schöpfe. Na, du? Der hinten kommt. Das ist gruselig. Keine Ahnung. Das ist gruselig. Noch mal ist auf deutsch. Bad was zieht. Bad blablabla. Keine Ahnung. Das hat das auch gut gemacht. Tschüss. Monster sieht da an, also. Ja. Ja. Krütenbausteine. Juhu. 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 Oh, ups, ich habe es abgebaut, während ich mich gedreht habe. Warum sind da eigentlich überall Kriber, die wohl hier die Stadt kaputt machen? Wo es noch nicht mal eine Stadt ist, sondern so, mit zwei Roller. Runden am Feld? Ja, mit zwei voll modernen Roller fertig. Hm, was sollte ich machen? Ach ja. Vishnu. Änig var bónað nátti inn. Veldig var það og mermað nú. Hann var vatnig vör. Hann var heim út vörðin. Það er sem hvert. Dyrf Qualum gansta bruglein? Það er eftir bæti. Þeir vatnig hann! Ich bin nicht in deinem Haus. Ich bin nicht in deinem Haus. Wir müssen die Folge beenden. Wir müssen die Folge beenden. Okay, dann tschau und bis zum nächsten Mal. Tschüss.